Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich lecker aussehende kölsche Pizza. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Unter einer kölschen Pizza versteht man einen großen Rösti, der belegt wird wie eine Pizza. Und was brauchen wir für einen Rösti? Natürlich zuallererst einmal Kartoffeln. Das hier sind vorwiegend festkochende Kartoffeln und die schälen wir einfach. Für unser heutiges Rezept, das macht so circa drei bis vier große Röstis, habe ich zwei Kilo bis zweieinhalb Kilo geschält. Nach dem Schälen werden die Kartoffeln grob geraspelt. Dafür kann man jetzt eine Küchenmaschine nehmen oder einfach halt so eine händische Raspel. Ich habe das Ganze in der Küchenmaschine gemacht und hier ist bereits das Ergebnis. Das drücken wir jetzt durch ein Küchentuch und versuchen einmal die komplette Flüssigkeit aus den Kartoffeln herauszudrücken. Dafür nehme ich das Küchentuch, presse es immer fester und drehe von oben, dass es immer enger wird. Das Überschüssige können wir dann beiseite tun. Und fertig haben wir hier wunderschöne Kartoffelstücke, die wir anschließend weiter zubereiten und dementsprechend würzen müssen. Würzen ist ein gutes Stichwort. Ich nutze in der Regel eine gute Portion Salz, Pfeffer, Eier, drei Stück auf zwei Kilo und natürlich, was bei allen Kartoffelgerichten eigentlich irgendwie dazugehört, geriebene Muskatnuss. Vor ein paar Wochen hatte ich auch ein Video mit Rösti-Muffins. Bei diesen Rösti-Muffins habe ich zusätzlich noch Zwiebeln und Knoblauch angeschwitzt, in Butter geschwenkt und dann hinzugefügt. Kann man machen, muss man aber nicht. Jetzt wird das einmal ordentlich durchgerührt. Im nächsten Schritt gebe ich dann noch ein, zwei Handvoll geriebenen Käse mit hinzu. Erlaubt ist, was gefällt. Nehmt einfach geriebenen Shedder, geriebenen Gouda, geriebenen Emmentaler, was auch immer ihr möchtet. Das hier ist eine Mischung aus geriebenem Shedder und geriebenem Gouda. Als nächstes brauchen wir dann ein paar ofenfeste Formschüsseln oder gusseiserne Pfannen, in denen wir unsere Rösti-Masse reinfüllen können. Ich habe jetzt hier meine gusseiserne Pfanne genommen, die ist ordentlich geölt. Und jetzt gebe ich, ich sage mal, schon eine ordentliche Menge von meiner Kartoffelmasse in diese gusseiserne Pfanne. Ich gucke dazu, dass der Rand so ein bisschen frei bleibt und ein einigermaßen gleichmäßig dickes Rösti entsteht. So sieht das Ganze aus. Das wandert dann in meinen GMG-Pallet-Grill. Der ist vorgeheizt auf 140 Grad. Und jetzt lassen wir langsam, aber stetig die gusseiserne Pfanne erhitzen. Ich habe das Ganze auch nochmal gemacht mit einer kleineren Pfanne. Das seht ihr hier. Und hier, das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Man kann den Rösti, wenn man das möchte, sogar einmal zwischendurch drehen, wieder zurück in die Pfanne geben und dann noch fertig garen. Das ist so circa nach 35 bis 40 Minuten. Und jetzt belege ich den wie eine Pizza. Ich habe Tomatensauce, ich habe Pizza und Pasta-Zauberei von der Spice Bar, wieder geriebenen Käse oben drüber. Und dann wandert meine Rösti-Pizza wieder zurück in den Pellet-Grill. Das ist jetzt das Ganze mit der größeren Pfanne. Hier habe ich mich nicht getraut, den zu drehen. Ist jetzt auch nicht hundertprozentig notwendig an der Stelle. Auch hier belege ich das Ganze jetzt wie eine Pizza. Tomatensauce, getrockneten Oregano oder eine Pizza-Kreuzermischung. Wie gesagt, ich nutzte Pizza und Pasta-Zauberei von der Spice Bar. Und wieder etwas geriebenen Käse. Natürlich könnt ihr jetzt auch Salami, Schinkenwürfel, Bacon, was auch immer noch mit da oben drauf packen. Erlaubt ist auch hier, was gefällt, wie ihr eine Pizza gerne belegen möchtet. Jetzt wieder die beiden Pfannen zurück in den Grill. Und dann nach weiteren 20 Minuten ist unsere Kölsche Pizza fertig. Die lässt sich sogar aus der Pfanne nehmen. Überhaupt gar kein Problem. Wunderbar, herrlich. Ich stehe auf sowas. Richtig, richtig lecker. Und gehört für mich, also wenn ich jetzt in Köln ein Brauhaus besuche, sind Rösti für mich immer ganz weit vorne mit dabei. Das hier ist noch die größere Pfanne. Möchte ich euch auch zeigen. Funktioniert hervorragend. Und natürlich werde ich das Ganze wie immer auch gleich probieren. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 BBQ seid, wäre das cool, wenn ihr das nachholen könnt. Ich habe bestimmt nochmal den ein oder anderen Brauhaus Klassiker in den kommenden Tagen am Start. Ja. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.